Prost zu zeigen, was sie haben. Wir sind mit dem, wir sind mit dem Partys. Und doch schon, dann geht's ja. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Ein Applaus bitte! Vielen Dank, Herr Fuß. Tolle Selbstentscheidung. Und jetzt, natürlich das letzte Wort hat immer der wichtigste Titan. Da hat immer das letzte Wort. Also erstmal möchte ich mich über die Respektlosigkeit des Publikums gegenüber den Artisten beschweren. Also hier, die in der letzten Reihe da, die haben überhaupt nicht mitgemacht. Die sind nicht mitgegangen richtig. Also ganz schwach von denen da hinten. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bei einer gar nicht so unachtsamen Leistung. Also Herr Fuß hat sich dafür, dass er den Text zuerst nicht kannte. Sehr angemessen geschlagen. Auf jeden Fall. Also das war respektabel. Aber also Marc stand natürlich heraus. Schuhle Mädchen, Sonderein, Schuhle Mädchen, Kampf einsatz. Schuhle Mädchen an die Lecke. Schuhle Mädchen in einer Stadt. Schuhle Mädchen! Hier ist denn schwuule Mädchen! Hey, mein schwule Mädchen, nach Vernebeln zu beten, in Verzeten. Die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Ich bitte auf die Bühne, Vincent. Ich bitte auf die Bühne, Christian. Ich bitte auf die Bühne, Bernhard, live. Ich bitte auf die Bühne, Andreas. Ich bitte auf die Bühne, Jasin. Ich bitte auf die Bühne, Daniel. Oh, das Wort, das Wort, das Wort. Also, ja, sehr schön. Aber als Backgroundsänger dann ohne Mikro, denn Frau Tietken wird hier sonst untergebottert. Also, Christian, wir wissen ja um deine Stimmgewalt. Der Chor tritt bitte hinter Frau Tietken zurück und hält sich vom Mikro fern. Sonst drückt Frau Tietken sich. Und das wollen wir ja nicht. Also, letztes Lied, deswegen nochmal einen kräftigen Applaus, kommen wir ganz ehrlich. Hättet ihr, hättet ihr die Courage, euch da hinzustellen und solche Lieder zu singen? Also, wenn ihr nicht im fünften Jahrgang seid, meine Fingen im sechsten, ja gut, Unterstufe. Ja, dann seid ihr alle ganz still, also bitte unterstützt sie mal ein bisschen. Seid ihr fertig, Frau Tietken? Rockig, knackig, frönig, auf geht's. Rausen, machen es ab Frauen sind dekorativ und Frauen machen es fast sich Frauen sind einfach nicht objektiv obwohl Frauen sind so so verlässlich rationsl children Frauen brauchen es letztlich Frauen au PM ... Nee Frau Tiefken jetzt hier! Nicht drücken! Lauter, Frau Tiefken. 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 nur Sorgen, genau so, dass die Freude aufgeben. Das war sowas von mega scheiße. Und der Titan und diesmal mit dem Kur? Ja, die Songwahl passt einfach zu beiden nicht, aber Frau Zitkin hat sich auf die Gegenseite gestellt, erkannt, dass sie sich zu aufspielt für die Frauen richtig. Also das kann ich nicht verstehen alles. Die Männer sind dafür da, das Geld ins Haus zu bringen und die Frauen müssen den Haushalt schmeißen. Okay, danke schön, Herr Titan. Ein Applaus für diese Offenheit. Gesellschaftsanalyse. Jetzt stehen die Lehrer bitte nacheinander. Die Frau war immer so, dass ja 25 Jahre alt war und die Frauen sind. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018